wunderschönen guten morgen wünsche ich euch heute geht es weiter mit dem audi projekt mit dem 100er modell draußen man sieht hier deswegen ein bisschen bauhelm auf ja heute versuche ich dann mal ansaugbrücke muss runter ich muss hier hinten noch einmal eine schraube aufbohren die kriege ich wahrscheinlich nicht lose weil die ist abgefressen ja mal gucken wie weit wir heute kommt damit wir dann hier den kopf denn demnächst weg schicken können zum plan schleifen alles klar bleibt dran das audi projekt geht weiter so 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 so